So, da sind wir jetzt. Nein, 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 nein. Ja, ja. Ja. Halter nun nicht wirklich wahr. Fehlt mir in eine Stufe. ًt. Ja, 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 ja. Boah, ey. Boah, ey. Die Stufen sind ja auf dem Piss. Und die sind ja auf dem Piss? Ja. Welche Stufen? Die Miene hochkommen. Ein Mann hat da anders. Nee, 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 nee. Wer ist dreimal runtergefallen? Nein. Na ja, schon. Mir geht nicht an, ohne. Das ist... Nur wenn... Wo haben wir denn da? Ja, das ist Sand, ja. Wo haben wir denn noch Glas, aber wo macht man? Ich hab du da gesagt. Glas direkt nicht, aber Sand haben wir nicht. Ja, ich bin jetzt noch im Ofen. Ja, wenn's ja gut. Und ab jetzt hier bitte einmal Faschenmusik einführen. Ja, genau. So. Ich fürchte, mein, ich muss noch Holz schreien. Dann machen wir es. Ja. Ja, toll. Und wenn's nur ist, dass jemand die ganze Zeit Bäume abbaut. Ja, toll. Ja, toll. Na ja. Als Belohnung ist halt, umfam... Opala. Pazala. Opa meint, das ist alles zu sehen. Betonung liegt doch irgendwann. Betonung liegt doch irgendwann. Ja. Ich glaube, es wird ja gar nicht so gut sein, dass man präzise auslässt würde. Gar nix weiter an. Ist irgendwas im Arm? Keine Ahnung, was ist denn? So, Poptie 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 und so mit und wo auch so wie in hauen das die auf nach oben und 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 der die 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 nachgucken nur um 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 zu um 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 nur das ist alt, aber sie sind keine Felder das ist nicht klar das weiß doch so, soll ja erstmal vorübergehend sein ok, das ist aber sehr vorübergehend mach du, ist es nächstes mal ein New Day ja dann mach du ne, ja oh Gott, nicht Mann ok ok wieso machen die jetzt? die sind jetzt noch einmal vorseiten durchgezogen es wird schon wieder nach naja, bin ja noch da o o o o so ab ins Bett so die zwei hat es geschafft gestehen die kunden nicht nur doch genau wenn Ähm, ähm, ähm... Okay, das ist jetzt aber auch nicht so viel... Ähm... Na gut, machen wir erstmal die zweite Etage hier soweit fertig. So... Ähm... Ähm... Da weiß ich nichts mehr. Und weiter, was? Wir müssen wir eine 5-Jüdige auf dem Wort machen. Eine 5-Jüdige? Mhm. Okay, dann machen wir gleich mal weiter und wir machen mal hier ein Stückchen und dann...